Donik Akuda, das ist die Spin- und Speed-optimierte Belagsserie von Donik. Testen und siegen Sie mit der Formula-Donik-Technologie in dritter Generation. Der Akuda S3, perfekte Kontrolle, toller Sound. Akuda S2, schneller, mit perfektem Ballgefühl. Akuda S1, noch schneller, trotzdem volle Kontrolle. Akuda S1 Turbo, extrem Spin- und Speed-optimiert, dank des eingebauten Turbo-Effekts. Optimale Katapult- und Bodenflugkurve. Dank der neuesten Formula-Donik-FD3-Technologie reagiert der Belag noch genauer auf das, was der Spieler macht. Der Ball landet genau dort, wo er landen soll. Kein geringerer als die schwedische Tischtennis-Legende Jürgen Persson zeichnet bei Donik persönlich für die Entwicklung der neuesten Akuda-Belagsserie verantwortlich. Der Belagsserie für aggressive Offensivspieler, die viel Wert auf Rotation bei höchster Geschwindigkeit legen. Tension Plus, die verbesserte innere Spannung bedeutet noch mehr gefüllten Frischklebeeffekt. Katapult Plus, die Katapult-Wirkung des neuen Schwammes bringt mehr Speed bei einer höheren Flugkurve des Balles, auch in schwierigen Lagen. Donik Akuda. Spielen Sie Tischtennis auf höchstem Niveau.